Hallo und herzlich willkommen diesmal zu einem kleinen Infovideo bezüglich Sims 4. Es haben ja in der letzten Zeit immer wieder Leute nachgefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wo ich meine ganzen Sims-Downloads herhole, besonders die Haare. Und vor allen Dingen auch, wenn man die dann hinterher ins Spiel bekommt, wenn man sie erstmal runtergeladen hat. Und das möchte ich euch in diesem kurzen Video zeigen. Also es wird wirklich relativ kurz werden. Es ist keine Hexerei, es ist ganz leicht gemacht. Ich möchte anfangen damit, dass ich euch meine beiden absoluten Lieblings-Sims-Seiten vorstelle. Da gibt es einmal hier dieses Sims4-Updates.net. Das ist keine eigenstehende Seite, nenne ich es jetzt mal, sondern eine Seite, wo Downloads von verschiedenen Seiten zusammengefasst sind. So sieht das hier aus auf der Startseite. Oh, der Boden ist hübsch, fällt mir gerade Masse auf. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt direkt bei der obersten Frisur, wo ihr die herbekommt, direkt von der nächsten Seite, die ich euch ans Herz legen möchte, nämlich TSR. The Sims Resource ist das. Und wenn ihr euch hier durch die Downloads durchklickt, ihr seht, die sind schon irre lange dabei, schon seit Sims1, dann geht ihr einfach hier oben auf Sims4 und sucht euch hier die Kategorie aus. Ich schaue jetzt hier mal gerade, ob es vielleicht neue Haare gibt, die mir gefallen. Dann gehe ich hier eben einfach auf Hairstyles, da hinten wie das hier zum Beispiel. Finde ich aber nicht so schön, weil hinten keine Haare runterhängen, ansonsten gefällt die mir sehr gut. Die hier finde ich gar nicht mal so schlecht. Oh, die hier ist toll. Für Kerle. Ei, 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 ei. Die finde ich auch nicht schlecht, aber so, naja. Ich bin da doch etwas wählerisch geworden der letzten Zeit, muss ich sagen. Die ist auch eigentlich ganz süß. Aber ich möchte gerne haben, was mich hier auch vom Hocker haut. Oh, hier. Aber das, äh, ganz so traditionell, ähm, koreanische Frisuren, möchte ich es dann hier in meiner asiatischen Familie nicht haben. Eigentlich sieht es hier gar nicht mal so schlecht aus. Ja, hier zum Beispiel, hier seht ihr schon die, die ich mir jetzt neulich runtergeladen hatte, die ich in der vorletzten Folge gezeigt habe, also in der Folge gestern. Die habe ich auch hier gefunden bei The Sims Resource, aber ihr seht, ähm, viele Sachen findet ihr hier auf Sims4 Updates auch. Deswegen schaue ich mir ganz gerne hier vorbei, weil hier einfach die Vielfalt schön zusammengefasst ist, was es so alles gibt. Ich will jetzt mal versuchen, das hier runterzuladen von Ella Sims, klicken wir hier auf Download und werden dann hier weitergeleitet. Manchmal finde ich hier auch die Downloads nicht unbedingt. Hier haben wir den Download-Link. Und wo werden wir hingeführt? Oh je, ich sehe hier oben schon koreanische Schriftzeichen. Ähm. Das hier ist nämlich jetzt nicht, soweit ich das sehe, der Download-Link für die Frisur, sondern der Download-Link für dieses Elite-Anzip sowieso, bla. Genau, dann müsst ihr nämlich hier schauen, for male, for boy, also es gibt es einmal für die Älteren, einmal für die Jüngeren. Ähm. Habt ihr nämlich hier Click to Download. Also nicht unbedingt hier immer die dicken Teile anklicken, wo Download steht. Das sind oft Sachen, wo ihr euch irgendwie ein Virus ziehen könnt. Also ein bisschen da drauf achten. Lieber mal ein bisschen öfter schauen. Hier sehen wir jetzt schon, das ist eine Package-Datei. Das ist also schon so die Datei, die ins Spielverzeichnis reinkommt. Ja, erstmal hier richtig dicke Werbung. Adfly, ja, zwei Sekunden warten. Hier so lange anklicken, bis hier oben kommt Werbung überspringen. Zack. Und jetzt kommt es hier unten in meine Download-Bar rein. Ihr seht, ich habe schon einiges runtergeladen. Äh, so. Jetzt muss ich mal schauen. Ich zeige euch jetzt mal, wo ihr rein müsst, wo das hin muss. Und zwar geht ihr dafür hier auf C. Dann auf den Benutzer, euren Benutzernamen. Eigene Dokumente. Mhm. Wo ist es? Electronic Arts. Die Sims 4. Und dann geht ihr hier auf den Mods-Ordner. Ihr seht, der ist bei mir schon richtig voll mittlerweile. Ähm, und hier kommen dann die Package-Dateien rein. Also entweder ihr sucht euch den Ort, wo ihr das hin runtergeladen habt und zieht es dann von einem Ordner in den nächsten. Ich mache es meistens so, dass ich mir dann meinen Browser einfach verkleinere, damit ich die beiden Fenster nebeneinander habe. Und ich das dann von hier unten einfach da reinziehen kann. Zack, da unten haben wir es schon drin. Und das war es auch schon. Also die Frisur ist jetzt schon so bei uns im Spiel drin. Mehr ist das nicht. Wenn ihr jetzt hier so eine ZIP-Datei habt, klickt ihr da einfach drauf. Dann öffnet sich die und dann habt ihr da auch entweder die Package-Dateien drin. Oder wie in diesem Fall, diese lustigen Endungen. Die müsst ihr, da habe ich mich jetzt gestern selber erstmal schlau gemacht. Das kommt, wenn ihr Sims runterladet, komplette oder Haushalte, äh Häuser. Habe ich mich selber erstmal schlau gemacht, weil ich das selber noch nicht gemacht hatte. Die müssen dann in den Tray-Ordner rein. Also ihr seht, hier sind Blueprints und diese tollen Tray-Item-Teile sind hier drin. Und die HHIs und SGIs und was es da alles an Endungen gibt. Das habt ihr alles im Tray-Ordner. Also Gegenstände oder sagen wir Klamotten, Schmuck, Make-up. Solche Sachen kommen alle in den Mods-Ordner. Und Sachen wie fertige Sims oder Häuser kommen hier in den Tray-Ordner. Also die Sachen, die man eigentlich so auch aus der Galerie runterladen kann, lässt sich vereinfacht sagen Tray. Und alles, was nicht dazu gehört, was man nicht in der Galerie runterladen kann, kommt in den Mods-Ordner. Das war es auch schon hier mit meinem kleinen Download-Erklärungsvideo. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich werde so schnell wie möglich darauf antworten. Also bis dann ihr Lieben und einen guten Rutsch nachher. Bis im neuen Jahr. Tschüss.